Oh mein Gott Jus of the Storm das Dorms Dorms ist nicht mit Pidupi aber ein UB A ein Mutter online ich weiß nicht wie es genau das heißt aber egal ich werde jetzt diese Quest zu machen also vier Spiele vier Aufnahmen guten tun für dieses MoBau ist also ein tolles Totentun das sehe ich um sehr viele MoBau ich bin mir da also alle möglichen kostenlosen kostenlose MoBau und nicht sowieso fast 30 und so ja aber auf jeden Fall vier Spiele, vier Aufnahmen ich weiß nicht wann ich so hochladen werde aber ich ja aber sollte ich ich versuche Lady Lady umher umher meine kleine Zuckermaus ich versuche jede Zinsfahrfahrt zu wechseln in einem ob ich Loll spielen werde oder Dota überlege ich mir noch Dota wahrscheinlich eher weniger keine Lust Leute mal gucken weil ich da eh nur ein Charakter kann und ich hätte nur wieder in den aber naja und spiele mir mal einfach hier durch zum Mann bei der Anfang und hier ist oft das Dom so schön dass aber ich liebe es und wir haben so viel auch ausweilen ich habe mich schon so altkarte gekauft ich muss diese zwei Quests machen und erster Starcraft war konstig findet ein Fest dort machen also um muss ich überlegen mit welchen ich Spielern hat da der Trainer Udach guten tun aber ich glaube ich bin erst mal jener und sagen Röder oder und die Tiefel und da habe ich die Zielkauf der Ecke gekauft wo habe ich nicht gekauft also sprich dienst und dünster weil das wir erst mal diese sehen ich kann gerne rein mit allen fast umgehen mehr oder weniger wenn wir sehen so ein match dort knapp 20 minuten eingriffen macht fast immer also tuten tun wie einfach gewinnen willkommen bei auf dem Schlachtfeld Traumkampel aber hat die Kampel die Kampel werden ok wir müssen zum Plan nehmen müssen sie halten wir werden angriffen von diesem Verteidiger den Tempel und ja müssen versuchen es eingenommen zu haben und verteidigen die Gegner und so Mops halt also generell nicht so leicht nachdem ich jetzt genommen Jenna ja Jenna künftigen ach ich muss nur immer durchlesen wie ich es gilt manchmal weiche ich auch ab von den Skil da tue ich das hier ich bin ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich bin ich bin ich bin Mott Prozent Prozent Bord war am meilt Ok Mitte Mut Interessant Wir haben ihn nur noch gut wir haben können Nobals sollte es nicht so Ahl ins Heratul ist aber auch netzen ätzend Mal gucken Gucken wir mal einfach Wie ist es endet? Sergeant Hammer Sergeant Hammer wird wahrscheinlich hierher kommen Also Ja Der erste Scheiße Ich lasse Mh Habe ich gerade einen unsichtbaren gesehen Ah ETC kommt runter Das ist nicht schön Okay Okay Serratul ist hier Okay Das ist das Schätze Ah okay Ah okay Das ist dumm Serratul kann sehr schnell vernünftig Wahrscheinlich ist der hier so Langelaufen Okay Ich gehe da mal Ähm Hier hin Und helft immer Wir kriegen jetzt Serratul kalt Wer weiß Wer weiß Ah f- okay Ah f- okay Er ist kalt weg Ah f- okay Ah f- okay Ah f- okay Komm Serratul Nice So bin ich draufgegangen aber Ah ah Ich hab mir die Nuss Äh Erhütte Ach komm Und hier sieht man die Sledge Das war nur mit C Ah Braucht ich da Nüpfel Nein Schafft er schon Ah 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 Scheiße Boah Das ist ja extrem Gerade Kampf der Kampf der Kampfe Na okay Sonja geht da schon hin Also gehe ich runter Hm Warte Ah okay Dann helfe ich für uns zu Lilly Weil Ein Support alleine ist ja unlogisch weil er ein Supporter ist Und eigentlich kein Attacker Zwei Zwei Drei Das ist ätzend dass ich heute so schlichten Aber Rie richtig schön durchgepusht muss man sagen Geh raus, geh raus Geh raus Scheiße Ach komm Lilly Okay Sehr totale Scheiße Sehr totale Scheiße Sehr totale Scheiße Sehr totale Scheiße Alter 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 Geh ich mal kurz dahin Geh ich mal kurz dahin Anzertur kann Aber ich glaube Achso Ich bin doch das Das ist ein Molster Alter Lack Alter Alter Egal das ist sowieso tot Tja, hab mich wohl nicht getroffen. Scheiße, Zerratul. Dieser Zerratul, Alter, dieser Zerratul. Aber das ist ein Vorteil an jedem Spiel, man kann nicht so leicht fielen. Aber das ist relativ scheiße. Das ist so normal und zwar das ist so morgens und die sind aber online. Es ist so schwer und sieht aus. auch m ich habe mich nicht immer die sollte nicht und haben wir verloren oder er trotzdem ich mal wieder auf meine ursprünglichen m weil dann nein da ist ich habe keine ahnung wer da ist deswegen muss ich mal auf und gucke ich mal wer ist hier okay ich habe jedoch alle zertöse nee doch ich hatte recht da war zertöse das ich 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 erzelt uns in dem her Hälfte darauf folgt nicht geachtet ist Hälfte lieb die Porte durch gepusht ist es sehr krank wir sollten hier mal und schön ach ich bin gerade so schlecht das ist voll traurig ich bin unterwegs das ist doof ach komm doch her du Terratour na Sonja hat Probleme ja alter dieser Zerratour dieser Zerratour es ist ja es ist so ätzend ich kann nicht mal entscheiden wenn ich tot bin auf wen er gehen soll es ist doof es ist jetzt so doof alter nein es ist doof ich glaube das erste Spiel werde ich verlieren ich bin ich bin es ist so es ist so ich bin ich nicht es ist so ein zumal ja gar flecke mir trotzdem noch wer weiß dann spielen sich nur noch entscheiden aber zwei level über uns ist es doof Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht den Boss machen. Sehr so doof. Sehr so doof. Die machen den Boss, kann das sein? Nein. Sehr, du bist hier, ich hab dich versehen. Hoffentlich mal. Ja. Scheiße. Keine Chance. Ach komm. Die kriegen das. Machen wir leider nichts. Die kriegen das Ice Curls. Hört sich gut an. Na, ich will. Na, ich versuche einfach, es ist eine Hammer, weil. Die ist so extrem low alive. Ich bin unterwegs. Okay. Stop going. Hey. Alter. Alter, die scheiße luck. Alter. Hat die luck. Ich muss abhauen, sonst sterbe ich. Das ist doof. Kann man nichts machen. Wie. Krieg ich dir. Komm, komm, komm. Schaffte, schaffte, schaffte. Alter, wie viele hier sind das? Ah, ich bin fast down. Das ist ekelhaft. Na, aber wir haben mit dem Latte eigentlich schnell aufgeholt, so ist es schön. Na, ich hoffe ihr nicht alleine, kommst du an. So. Konzentriert euch auf diesen Helden. Alter. 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 Das ist das Tor. Dann ist der Boss wieder 2 Minuten. Ah, war doch so klar. Alter. Er kommt nicht weg. Nein. Ah, fuck. Ich war einfach, Alter. 11.9, nee, ich bin gerade richtig schlecht. Hey, Jane, hab ich eh. Oh, okay. Jane, das Spiel ist ein Gast. Dann auch so. Ah, jetzt haben wir einen Vorteil, weil wir den jetzt leicht kriegen. Aber die... Hm. Surtin... Nein, Gaslow und Serratul. Okay. Serratul ist ätzend. Der macht... Ja. Das war mir doch klar. Traumt, Traumt, ich schaff's, ich schaff's einfach. Einfach auf Serratul. Traumt. Die hätten auf Serratul gehen sollen. Bringt nichts daran zu greifen, ist Selbstmord. Wenn wir da angekommen werden.. jetzt habe ich mich so weit so klar der hätte so leicht selbst drauf kommen sollen können ich zieh sie, ich zieh sie auf ihr nicht zieh das ist doof komm den ist, der ist so leicht zu sch... zu umbringen zu kennen haben wir verloren stimmt, stimmt, stimmt haben wir verloren ja, haben wir verloren komm ist das ätzend zu mir leid ist es aber so richtig doof so an ihr geht an kleiner das hat mir das wahrscheinlich zurzeit nicht geschafft ich habe auch nicht so gut gespielt was ist oft offen kann man nichts machen wie lange hat jetzt 8 minuten also wenn ich ihn muss portland Jens Kleck singen als gleich wieder mit Trau und so und so bisher gleich schön